Herzlich willkommen zu Programmieren mit Python. Mein Name ist Friederik Weiz und wieder einmal machen wir dort weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir hatten ein Bild in unseren Knopf reingesetzt, den wir programmiert haben und ich möchte jetzt euch zeigen, wie man die Funktionalität dieses Knopfes mit Bild erweitern kann. Und dazu gehen wir gleich in unsere Klasse Knopf hinein. B-Knopf heißt die aber hier allerdings, ihr erinnert euch, weil das eben mit einem Bild versehen ist, der Knopf. Und wir sind hier erstmal in der Klasse B-Load und hier wird eine Datei geladen, eine Bilddatei und die wird dann in unsere Variable Datenbild wird die abgeschweichert. Erstmal eine Sache, das ist ganz wichtig. Bei Python kann man zum Beispiel eine Variable beliebig definieren. Hier mache ich das mit 0 und dann überschreibe ich die mit einem komplett anderen Dateninhalt. Das ist eine Sache, da ist Python für den Anfänger auf der einen Seite ganz bequem und auf der anderen Seite kann das manchmal zu ganz furchtbaren Fehlern führen, wenn ich nämlich nicht genau weiß, welcher Datentyp steckt in einer Variable drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Self-Bild nehme und ganz normal mit dem programmiere, dann könnte ich jetzt mit dem rechnen, also ich könnte zum Beispiel hinschreiben, Moment, ich könnte zum Beispiel hinschreiben, Self.Bild ist plus gleich 1 und dann würde der mir 1 dazu addieren. Sobald ich aber hier ein Bild geladen habe, geht das nicht mehr. Dann würde der mir eine Fehlermeldung ausgeben. Nur das überprüft Python selber nicht. Es gibt dann während der Laufzeit, während wir also das Programm ausführen, gibt es einen Fehler, einen sogenannten Runtime Error. Und da kommt man manchmal ganz schön ins Schwitzen, wenn man nämlich hier zu wild herumprogrammiert, dann macht er einem was, der will und plötzlich hat man irgendwelche Daten in irgendwelchen Variablen, die dort nicht hingehören. Da muss man also schon recht vorsichtig sein. In Java zum Beispiel gibt es, wenn man eine Variable definiert, schreibt man immer vor dem Namen, welcher Art diese Variable ist. Int zum Beispiel, also für Integer. Und sobald ich dann, was weiß ich, Z eingegeben habe und das mit, das ist jetzt der Syntax von Java, und das dann mit einem Semikolon abgeschlossen habe, kann ich dort gar nichts anderes reintun als ein Z. Und wenn ich versuche, dort etwas anderes reinzutun, macht er mir schon vorher eine Fehlermeldung und sagt, hier lieber Programmierer, das geht nicht. Das hast du als Ganzzahl definiert und da darf auch nur eine Ganzzahl hinein. Wie gesagt, Python macht das nicht und da müssen wir dann eben aufpassen. Was ich euch jetzt aber zeigen möchte, ist, ich möchte mehrere Bilder haben, damit ich zum Beispiel, wenn der Knopf aus ist, das eine Bild habe und wenn der Knopf an ist, das andere Bild. Und dazu möchte ich nicht zwei verschiedene Variablen definieren, sondern ich mache mir eine Liste. Und die Liste mache ich, indem ich um das 0 eine eckige Klammer setze. Das heißt, dass der mir jetzt hier aus dem Self-Bild eine Liste macht. Jetzt kann ich bei Listen nicht einfach eine Zuweisung machen, das heißt, ich kann das schon machen, aber in diesem Fall ist das ungünstig, wenn ich BeLoad habe, weil ich dann nur einmal etwas zuweisen könnte. Ich möchte aber, dass der mehrere Bilder speichert, dass der also eine Liste von zwei oder drei oder vier oder fünf Bildern anlegt. Und das kann ich einfach machen, indem ich hier hinschreibe, Punkt append, dann lösche ich das gleich und setze das, was ich hinter dem gleich stehen hatte, setze ich in Klammern. Der Befehl, mit dem ich zu einer Liste ein Element hinzufüge, das ist append, gefolgt mit Klammern und in den Klammern steht das Element, was ich hinzufügen möchte. Also in diesem Fall ist es die Datei, die ich lade. Und dadurch wird jetzt hinten an das bisherige Element der Liste wird eins drangehängt. Die Listen, die hatten wir schon ganz häufig. Ihr erinnert euch zum Beispiel bei der Farbe, wenn ich einen Farbwert übergebe, habe ich eine Liste, die ich übergebe mit inneren Variablen. Und da könnte ich genauso mit append jetzt einen Wert dranhängen, würde dann allerdings, wenn ich die Farbe aufrufe, würden die letzten Elemente der Liste dort nicht mehr gelten. Das heißt, eine Farbliste hat immer drei Elemente innen drin. Die Liste, die wird uns eine ganze Zeit lang immer wieder beschäftigen. So, und wir werden uns hier eine Liste eben anlegen mit Bildern. Aber wir haben auch, ihr erinnert euch da dran, uns in dem Hauptprogramm haben wir uns eine Liste angelegt mit Knöpfen oder beziehungsweise unseren Tasten. So, ich gehe da jetzt nochmal rein. Und hier seht ihr, Knopf ist gleich und dann eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und dort wird jetzt von der Klasse Knopf der Konstrukte aufgerufen und damit eine Instanz eines Knopfes erzeugt. So, und hier haben wir genau dasselbe mit Punkt append, setzen wir ein neues Element dazu. So, die Listen sind auf vielfältige Weise interessant. Bei Python selbst, Moment, jetzt muss ich das mal hier ein bisschen runterrücken, dass ihr das alles schön seht. Bei Python selbst zum Beispiel kann ich sagen, ich initialisiere eine Liste aus der Klasse Knopf und dann überschreibe ich einzelne Elemente aus der Liste mit abgeleiteten Klassen. Also ich kann zum Beispiel sagen, hier hast du eine Liste aus 20 mal 20 Elementen von der Klasse Knopf, 20 Instanzen. Und dann sage ich, Element 7 soll jetzt der B-Knopf sein und Element 14 M-Bild. Was hilft mir das? Das hilft mir in dem Fall, wenn ich aus der Liste heraus eine Funktion aufrufe und sage, dass für die ganze Liste hindurch wird diese Funktion jetzt aufgerufen. Also sagen wir mal zum Beispiel, zeichne den Knopf. So, dann habe ich in jeder dieser Klassen habe ich den Befehl zeichnen. Und jetzt kann ich zum Beispiel beschließen, bei B-Knopf werde ich das Zeichnen nicht überschreiben. Das heißt, das wird genauso funktionieren wie bei der Klasse Knopf. Aber bei M-Knopf zum Beispiel überschreibe ich diesen Befehl zeichnen, weil ich eine andere Art der Darstellung auf dem Bildschirm haben möchte. Wenn ich allerdings in einer Liste dann die verschiedenen Elemente aufrufe, dann sucht sich das Programm automatisch die Zeichenfunktion heraus, die zu der Klasse passt. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Programmieraufwand, wenn ich verschiedene Knöpfe oder abgeleitete Klassen von dieser Klasse in eine Liste bringe und lasse die alle eben sich auf dem Bildschirm darstellen. Das macht der dann auf genau dieselbe Art und Weise, wie das in der Klasse angelegt ist. Aber ich muss nur einmal diesen Befehl eingeben. Eine Liste, gut, das war zu erahnen, das besteht eben tatsächlich aus einer Reihe von Elementen, beginnend mit der Null, also es gibt immer ein Element mit dem Index Null und mit Append hänge ich weitere Elemente an, die haben dann den entsprechenden höheren Index, also 1, 2 und je nachdem wie lang die Liste ist, kann ich dann eben so und so viel Elemente in einer Liste haben. Und hier auch nochmal, dass sich das eben ganz beliebig gestalten lässt. Ich kann hier in die Liste alle abgeleiteten Klassen beliebig hineintun und rufe die auf. Allerdings, und da muss man vorsichtig sein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Methode definiere und definiere die erst bei B-Knopf und lasse da jetzt die Liste einmal durchlaufen, dann gibt er mir bei Knopf selber einen Fehler aus, weil Knopf natürlich diese Funktion nicht hat. Bei M-Knopf würde er mir in diesem Fall keinen Fehler ausgeben, weil M-Knopf hier in unserem Fall tatsächlich von B-Knopf abgeleitet ist. Wie wir aber mit solchen Fehlern umgehen, das werden wir uns später auch nochmal ansehen. Dazu gibt es eine Methode. Ganz wichtig ist, bei der Liste, sobald man sich eine Liste erstellt hat, gibt es dort einen möglichen Befehl oder gibt es verschiedene Befehle. Hier zeige ich euch mal drei Append, habt ihr schon kennengelernt. Da gebe ich dann in Klammern die Daten rein, die angehängt werden sollen. Remove, da gebe ich auch die Daten ein, die gelöscht werden sollen. Das ist jetzt so ein bisschen tricky, weil bei Remove, das findet man in anderen Programmiersprachen gelegentlich, kann man auch einfach die Position angeben. Das heißt, ich sage zum Beispiel hier, ich möchte das Element E raus haben und gebe dann an Remove 4. Dann löscht er mir das vierte Element und zieht die ganzen anderen Elemente nach vorne. Also aus dem Index f wird dann 4 und der Index für g wird dann 5 und der Index für h 6 und so weiter und so fort. Das könnte man auch machen, aber Python erwartet, dass man konkret sagt, dieses und jenes Element, das heißt, ich muss mir vorher das Element kopieren in irgendeine Variable und muss diese Variable dann übergeben und sagen, genau dieses Element löscht du mir jetzt aus der Liste heraus und dann sucht Python das und löscht auch genau dieses Element. Das heißt, ich kann keinen Index angeben, sondern ich muss sozusagen den Doppelgänger dieses Elementes hier eingeben. Eine dritte Möglichkeit ist, das ist ähnlich wie Append. Bei Append werden die Daten hinten dran gehängt. Bei Insert werden die Daten an einer Position, und hier gebe ich tatsächlich den Index an, an einer Position eingefügt. Dann kommen die Daten, die eingefügt werden sollen. Und wenn ich zum Beispiel sage, an der Position 4 wird jetzt eingefügt das Element X, dann werden alle diese Elemente ab der Position 4, werden eins nach hinten geschoben. Das heißt, E bekommt zum Beispiel den Index 5 jetzt und F bekommt den Index 6. Und das kann ich zum Beispiel mit einer Liste machen. Das verhilft uns, bestimmte Sachen sehr flexibel zu handhaben. Und mit Sicherheit werden wir dort noch ganz viele Beispiele zu sehen. Wir kehren aber zurück zu unserer Klasse B-Knopf. Und ich öffne das jetzt hier mal. Und jetzt muss sich hier eine ganze Menge ändern, weil ich nämlich jetzt mein Bild aufrufen muss als eine Liste. Das heißt, ich kann nicht mehr einfach so hingehen und sagen, okay. So, und hier habe ich jetzt ein erstes Problem. Ich habe hier das Bild und möchte jetzt ausgeben. Ja, was gebe ich denn jetzt aus? Also, Bild wird initialisiert mit einem ersten Element, das heißt dem Element 0. Und dann hänge ich ein Bild-Element dran, indem ich das aus einer Datei lade. Und das wäre jetzt das erste Element. Das heißt, ich muss hier auch den Index 1 angeben. Mit dem Problem, dass ich jetzt sagen kann, okay, hier also bei Knopf an und bei Knopf aus, das muss ich umändern. Mit dem Problem, dass ich, wenn ich kein Element lade, dann natürlich auch hier einen Fehler bekomme, weil es gibt das Element ja gar nicht. Ich muss also, bevor ich mir dieses Self-Screen-Plit, was das Bild auf den Bildschirm bringt, muss ich eine Abfrage machen. Und die Abfrage sieht so aus, if. Und jetzt kommt len, das steht für Length, also die Länge der Liste. Und jetzt beachtet bitte, dass ich hier keinen Index angebe, wenn Length.Bilt kleiner als 1 ist, also 0, äh, nee, kleiner als 2 ist, Entschuldigung, ähm, sage ich gleich noch was dazu. Nee, umgedreht, Entschuldigung, jetzt komme ich in den Titel. Wenn Length.Bilt größer als 1 ist, dann druckt er mir ein Bild aus. So, die Länge der Liste wird mit len abgefragt und wenn eine Liste nur ein Element enthält, dann ist der Rückgabewert dieser Funktion auch 1. So, jetzt muss ich noch was korrigieren, es soll ja, nee, Entschuldigung, muss gar nichts korrigieren. So, wenn ich eine Liste initialisiere, hat die automatisch die Länge 1. So, wenn ich jetzt etwas dran hänge, dann hat sie die Länge 2 und so weiter und so fort. Ich frage jetzt ab, habe ich schon ein Bild geladen oder habe ich kein Bild geladen und das mache ich eben damit, dass ich abfrage, ist die Länge von der Liste größer als 1, also größer als der Initialisierungswert. Dasselbe muss ich hier natürlich auch machen, if len self.Bilt und auch hier wieder größer als 1. Das Einrücken bitte nicht vergessen. So, und jetzt kann ich tatsächlich ein Bild laden und es sollte dann auch auf dem Knopf erscheinen, also auf unserem B-Knopf. Und wenn ich es, ihr werdet dann keine Veränderung sehen, wenn wir das Programm so haben. Wenn ich aber kein Bild lade, dann werden wir auch kein Bild sehen, es dürfte aber keine Fehlermeldung geben. So, wir gehen jetzt mal in unser Hauptprogramm rein und sagen hier, wir haben also Knopf 15 und um das mal nachzuprüfen, setzen wir uns jetzt noch den Knopf 14 gleich B-Knopf und Screen. Okay, und jetzt ändern wir hier so ein paar Sachen um. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Wir kopieren hier einfach mal ein paar von den Sachen rein, ändern hier den Index auf 14. So, jetzt nehmen wir hier aber die Funktion Bild laden raus und setzen vielleicht hier unser, um das ein bisschen abzugrenzen, wir setzen das ein bisschen anders, die Farben von unserem Knopf. So, und jetzt müsste der, naja, sollst du vielleicht noch an eine andere Position setzen, ne? Jetzt sagen wir mal 200 und machen das Ganze auch mal wieder ein bisschen kleiner, den Knopf. So, jetzt speichern wir das Ganze und nochmal überprüfen, ob wir unseren Knopf gespeichert haben. Ja, haben wir. So, und jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. So, und jetzt hat er mir so ein paar Fehler ausgegeben. List Object has no Attribute, setColorKey, okay. Und da müssen wir jetzt mal schauen, was uns dort passiert ist. Ah, okay, und hier seht ihr, also self.build.append, da muss ich das Ganze ohne eckige Klammern machen. Also, die gehören da nicht dran, sondern er meint die ganze Liste. Jetzt muss ich aber hier einen Index setzen. So, und jetzt muss ich hier eben tatsächlich auch sagen, ich brauche das letzte Element, also die Länge von dem Index. Das heißt, ich setze hier als Index, frage ich die Länge von dem Bild ab, von der Liste. Und das setze ich als Index hinein. So, und speichere das Ganze ab. So, ja, und jetzt werdet ihr, aber das lasse ich jetzt mal drauf ankommen, damit ihr das seht, jetzt werde ich hier auch noch einen Fehler bekommen. Und wir werden gleich sehen, warum. Aber ihr könnt ja schon mal überlegen, was liefert uns längst zurück und wie wird eine Liste indiziert. Wir gehen jetzt erstmal in unser Hauptprogramm und harren der Dinge, die dort kommen. So, ich drücke auf Run. Und hier kriegen wir gleich sofort, also der Bildschirm ist schön schwarz, wie ihr seht. Moment. So, hier kriegen wir einen Fehler. Ich mache das mal weg, das sieht unschön aus. Und der Fehler ist ein Index-Error, also ein Indizierungsfehler. Und die Liste, bei der Liste ist der Index außerhalb der Länge. Und das liegt nun daran, dass ich, wenn ich hier, Moment, wenn ich hier mir die Länge zurückgeben lasse, die Länge die Anzahl der Elemente erhält in unserem ganz normalen Zählweise. Also, das heißt, wenn ich zwei Elemente habe, gibt er mir zwei zurück. Aber der Index von dem zweiten Element ist 1. Also muss ich hier minus 1, ich muss 1 abziehen von der Länge, um zu meinem passenden Index zu kommen. So, jetzt speichere ich das Ganze und lasse das Ganze nochmal laufen. So, und jetzt macht er mir hier gleich noch einen nächsten Fehler. Argument 1, must be pygame.surface, not list. Was habe ich dort falsch gemacht? So, gehen wir wieder rein und merken uns die Line, die Linie. Das ist 179. So, und hier haben wir 171, 178, 179. Und hier hat er eben tatsächlich etwas, jetzt gucken, gucken wir mal, was dort falsch ist. Ja, kann ich jetzt gerade nicht finden, was er dort macht. Und selfy, selfy, selfy plus, selfy plus, selfy plus, selfy plus, selfy plus, selfy plus. Get hide. Ja, mal sehen, vielleicht kommt hinten noch irgendwas puzzliges, nein. Ja, ich werde noch ein bisschen überfragt. Irgendwas ist hier falsch, aber ich weiß noch nicht was. Vermutlich fehlt irgendwo eine Klammer. Self-Mode Screen. Ah, okay. Ihr seht, da wird es ein bisschen pusslich. Auch hier muss ich eben angeben, welches Bild ich auf den Bildschirm bringe. Und hier muss ich auch eins angeben. So, weil es ja das erste Bild sein soll. Wir werden hier gleich in der Klammer noch die Variable ändern, weil das eben tatsächlich, wir wollen ja mehrere Bilder, je nachdem, was gerade für ein Bild dran war, möchten wir auf den Bildschirm bringen. Und deshalb können wir hier eins nicht stehen lassen, aber das werde ich euch gleich zeigen. So, und ich speichere das Ganze mal ab. Und jetzt müsste es hoffentlich laufen. Und hier macht er mir einen Invalid-Syntax-Error. Warum? Weil ich dort irgendetwas... Line 78, na nü. Das kann ja jetzt nicht sein, eigentlich. Self-Build. Schaue ich nochmal rein. So, habt ihr das auch gesehen? Also hier schmeißt man mir raus, dass er hier an dieser Stelle eine offene eckige Klammer hat, aber die hatten wir doch gar nicht. Wenn ich hier drauf schaue, also ich habe ja nichts dran umgeändert. Gut, probieren wir nochmal aus. Vielleicht ist das nur eine Ermüdungserscheinung. Naja, aber ihr seht, er macht das hier uns falsch. Das ist ja nun... Da ist das seltsam. Oh, wir sind auch in der falschen Zeile. Hier, hier oben. Ja, also hier bei Knopf aus. Da habe ich das nicht abgeändert. Genau, so. So, ich muss das ja an beiden, in beiden Zeilen abändern. So, und jetzt aber... So, jetzt habe ich das... Jetzt müsste es doch funktionieren. So, und es sieht gut aus. So, ihr seht also, hier ist eine zweite Taste weggerückt. Ich habe meine Programmfunktionalität, also das rosa, das muss ich unbedingt abändern. Das sieht scheußlich aus. Und hier habe ich jetzt gar nichts. Und woran liegt das, dass der mir jetzt gar nichts macht? Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Jetzt machen wir schon wieder Fehler-Suche. Vielen Dank. Ja, gerade ist irgendwie meine Cloud abgestürzt. So. Ja, also eigentlich müsste der mir hier das Rechteck zeichnen. Aber es kann sein, dass die Farben zu ähnlich sind. Dann geht man nochmal hier in das Hauptprogramm rein und sagen, mal gucken, wir machen nochmal ganz deutlichen Farbunterschied. 120. Mal gucken, ob es das tut. Ja, und ihr seht also, tatsächlich, man sieht den Farbunterschied immer noch ganz schlecht. Aber es macht einen Farbunterschied. Und das machen wir jetzt doch nochmal ganz anders, damit ihr einfach auch seht, da ist dann doch kein Fehler drin. So. Das ist immer ganz wichtig. Also ich habe ja alles vorher ausprobiert. Und ich sitze hier auch eigentlich. Ein Tipp, nur die Sachen, die ich programmiert habe, die tippe ich ab. Aber man vergisst ja doch beim Programmieren oder auch selbst beim Abtippen teilweise bestimmte Sachen. Und ich denke mal, für euch ist es ganz wichtig, um zu sehen, wie man einen Fehler sucht. Hier ist es noch relativ einfach, weil ich ja mein Programm eigentlich schon fertig habe. Und dann aber eben auch, was passiert, wenn ich das nicht mache. Also was funktioniert nur. Und das wird euch beim Programmieren häufig genug passieren. Ihr seht also keine Angst vor Fehlern. Probiert euch aus und guckt, wo sitzt der Fehler und was muss ich anders machen. Dafür ist Python super gut, weil ihr eben tatsächlich die Entwicklungsumgebung immer neu starten könnt. Und wenn ihr die Entwicklungsumgebung neu startet, dann könnt ihr auch gleich weiter programmieren. Das ist eben der Vorteil wieder von Python und gerade auch für Anfänger, weil ihr nur einen Interpreter habt, der also während das Programm läuft noch den Code interpretiert, den ihr eingegeben habt. Während wenn ihr einen Compiler habt, der also vorher das Programm in eine Art Maschinensprache, in eine hardware-nahe Sprache umwandelt, wie bei Java zum Beispiel. Da könnt ihr dann nicht mehr so einfach aussteigen. Da kann es passieren, dass ihr euren Computer einmal so richtig aufhängt und dass ihr den Computer runterfahren müsst und wieder hochfahren müsst und erst dann weiter programmieren könnt. Solche Fissimadentien werden euch bei Python eben nicht passieren. Gut, ihr habt also ein bisschen mehr erfahren. Wir haben uns Listen angeschaut. Ihr habt ein bisschen was wieder über Fehlerprogrammierung gelernt. Und wir werden jetzt im nächsten Video, werden wir uns noch ein paar Sachen in das Programm reinschreiben, um die Fehler während der Laufzeit nochmal zu minimieren. Das heißt, wir werden Fehlermeldungen abfangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist wieder leider recht lang geworden. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einmal einen Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.